Das ist der neue Mercedes-AMG C63 DTM. Wir zeigen unsere neue DTM-CAN für die nächste Saison, für 2016, basiert auf dem C63 Coupé. Wir wissen noch nicht, ob es schnell ist, aber es sieht gut aus. Ich bin sehr stolz. Wir haben acht DTM-Drivers. Ich habe die Möglichkeit, eine neue Fahrer zu presentieren. Ich bin sehr glücklich und glücklich. Ich hoffe, dass die Fahrer sehr schnell ist. Wir haben eine neue Fahrer. Wir sind unglaublich motiviert. Wir wollen die Championship mit dieser Fahrer gewinnen. Und wir erreichen so viele Verkäufer wie wir können. Ich bin sehr glücklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.